Yo Leute, ich bin's euer Makro, zurück bei FIFA 17 Setzer Modus. Wenn sie bald haben wir eben gesagt, dass wir ein Fier anschneiden werden. Und ja, dann fangen wir mal ein Thema an. Was man eigentlich jetzt an jedem Park, nein nicht an jedem Tag über, was jetzt in der Zeitung ist. Und das ist Krieg. Für was ist Krieg gut? Die Leute verletzen sich, sie werden getötet, man tötet Menschen. Es ist einfach unnötig auf dieser Welt. Das ist wahrscheinlich eines der Dinge, die am unnötigsten ist. Man kann durch alle miteinander friedlich leben. Ja, okay, nicht friedlich, aber halt ohne die Zeitgelegenheit. Das wäre doch einfach schön, man. Ja. Oh, was ist das? Nein, aber jetzt hat man eher der IS oder geschlagen. Natürlich wurde er geschlagen, aber eben. Wenn es so Leute wie den IS halt gibt, dann wird man nie glücklich. Ja, okay, nicht glücklich ist die Leiste übertrieben, aber... ...wieso kann man mit denen keine Einigung finden, oder so. Ja, eigentlich hätte es jeder Mensch verdient zu leben, aber wenn sie anfangen, die Leute auszurotten, dann kann man das dann nicht brauchen. Weil... Zwei. Zwei. Weil macht doch keinen Spaß auch, wenn sie... Zwei. Dann weiß ich nicht, was ich für eine blöde Eidio ist, was die dort haben, aber... Ich bin dran, dass sie uns alle auslöschen müssen. Wir müssen sich auch nicht verwundern, wenn das Militär zu uns rückschlägt. Ein guter Doppelfast. Ja. Sie suchen die Lücke. Aber... Naja. Ich bin deine Lauf. Solange sie mich in Ruhe lassen, ich... Ja. Nein. Sehr gut gemacht. Sie hat es gemacht. Sollten uns alle gegenseitig in Ruhe lassen. Wir können noch alle Hand in Hand und Freide bei Eierkuchen... Wir können nicht Freide bei Eierkuchen... Ja. Ah. Ich finde einfach Krieg ist unnötig. Wir können noch alle zusammen über die FIFA zacken. Die letzten fünf Minuten sind eingeläutet. Der Gewinner lassen scheiden. Ja. Okay. Das wäre wiederum... ...nicht glückser, sondern einfach... Es geht. Und jetzt die Chance. Und jetzt die Chance. Sie sehen uns neue und spielen sich weitere Chancen heraus. Sie hier war ganz eng. Das erste Thema. Ja. Was wäre denn das nötig? Das Spiel ist durch. Da lege ich mich fest. Und Sie gewinnen hier dann auch Berlin. Sie waren einfach überlegen. Jetzt kannst du sein, dass wir überlegen waren. Das ist nicht besser. Jetzt müssen wir aufpassen. Da steht, ich hab mir sicher. Ja. Halt eben wieder Karte. Jetzt muss der Weg zu kommen. Er scheint müde zu sein. Gut. Ein klares Ergebnis am Ende. 3-0 endet... Scheiße. Ich weiß, man sollte nicht fluchen. Aber das ist scheiße. Scheiße. Der... Schiebt. Naja. Naja. Naja, das ist alles. Jetzt kommen wir weiter. Jetzt haben wir den... Polenensa. Das wir jetzt nicht schon wachen. Der wird jetzt nicht spielen. Der spielt ja keine Rolle mehr. Wir kämpfen jetzt, dass wir... Ich glaube, dass wir nicht mehr so lernen. Das ist ab jetzt so ein Ziel. Profi spielen. Profi spielen. Los geht's. Ja. 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 Ich weiß nicht. Aus aber nicht. Wörst du dann? Der wird mal auf dem Kopf berührt. Wie ist das? Aus aber nicht. Über die Schmerzen. Einen zurück. Lass in den Kopf. Das war's. Kein smelten, dass er so lebt. Mal einig was. Ja, so knack war's. Mal los, fangen wir an mit dem Spiel. Ja, in der letzten Part haben wir gesagt, dass die Tore schießt. Hoffentlich. Heute müssen wir hier umziehen. Vorne drin, also zwei Stürmer. Auch die wird heute ganz besonnen. Ach. Heute beginnt der Tisch wieder die Fußballtrainingsspiele. Nein, ich denke, wir werden wieder das erste Mal trainiert. Seit der Woche mal rein. Genau. Da spricht mich. Hoffentlich mache ich heute Tore. Mal schauen. Ja, ja. Wir haben das Thema für mich jetzt auch noch erledigt. So lange Spass haben. Machen. Zocken. Ja, wer steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jetzt wieder steil. Suárez. Oh, was weiß ich nicht. Suárez. Das ist nämlich Luis Suárez. Das ist der netter Bruder. Das ist der netter Bruder. Aber jetzt war ein anderer Fall. Habt ihr Wünsche für FIFA 18? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie macht es für mich. Aber das scheiße 1 zu 0. Das gibt es nicht. Jetzt laufen wir irgendwie. 50 Meter. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte er das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sehr einsatziert. Jetzt könnte es gefährlich werden. Marke. Die Kielhoff, die lassen den Ball laufen. Aber noch spielt die Lücke in der Abwehr. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Wir haben noch nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Wir müssen noch irgendwie haben, Leute. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner. Rote Karten. Blau Gelb. Boah. Average. Sie sind ja die Faule. Nicht so. Super. Nein Leute. Wir müssen ein bisschen ernsthaft das Spiel. Was macht ihr dazu? Ich hab schon. Ja. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Super Teilweg. Dem Ball unter sich. Das ist ziemlich super. Ja. Ja. Da kommt er rein. Annen, Heide, Heide an der teuren Türe. Super Kipp. Du bist Nummer 1 von der Welt. Ich gehe nicht von der Welt, aber... Du wirst den ersten Anstieg in die Finanze gehen. Wie ist das so? Merde! Merde! Der Dater! Die erste Anstieg ist ein Modus-Pokar. Wird schon mal nichts. Gibt's jetzt die Gelegenheit! Ey, schau mal schnell in den Bett, du Seiss-Verteidiger! Ja! Sprechisse! Okay, das wäre jetzt gut. Ich weiß. Da kommt die Tafel, zwei Minuten Nachschlag. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch... Defensive! Liefen! ... ... ...